Hallo und herzlich willkommen zurück zu Journey to the Savage Planet und ich muss vermischlich hinsetzen, Alter. So. Und ach, ich hab die Lehne falsch und deswegen sieht sich so komisch. Ah, ja, das ist schon angenehmer. Das ist schon angenehmer. Ne, ist es noch nicht. Nicht ganz. Einen Stufen weiter. Ja. So. Perfekt. Okay. John. Können wir weiter. Können wir noch ein bisschen Grop mitnehmen. So, ich will hier alles sammeln. Mit diesen Mobilen. Dafür müssen wir mal alles durchflorsten hier. Hi. Na. Na, du Kleiner. Na, du Kleiner. So. Jetzt hab ich alle insgestürmt. Und da hab ich einen übersehen. Und da oben. Ach ja, da oben konnten wir noch nie hin. Stimmt. Und hier hab ich echt einen übersehen. Äh, da. Was ist denn der? Die ist unter mir. Oh, der ist in der Höhle drin. Wollen wir mal, dass der in der Höhle drin ist? Ja. Oh, der ist in der Höhle drin. Oh, der ist in der Höhle drin. Ja. Ach, das ist das mit dem Strom, ne? Ja. Kann ich noch nicht machen. Kann ich noch nicht machen. La, 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 la. Okay, so hoch kommen wir nicht. Hi. Hi. Okay. Es sind nur noch ein... Einer im Eis... Eisgebiet. Ich schreib mal auch einmal Eisgebiet. Ähm... Ja, es ist nur noch der... Dann gehen wir ins nächste Gebiet, würde ich sagen. Das bringt mir hier nix. Die kann ich nicht weitermachen. Ich geh noch kurz da hinten hin. Vielleicht hab ich da hinten noch was übersehen. Ich glaube nicht. Das ist immer noch... Doch. Da ist noch was. Da ist noch was. Aber wo? Aber hier? Hier kommt man aus der Höhle raus. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Da ist noch irgendwo ein Secret. Da ist noch ein Secret? Okay. Aber hier? Hier ist es nicht, Alter. Ich kann mich nicht... Das ist nur eine mögliche Mord, glaube ich. Aber das wäre hier unten. Irgendwo. WTF? Wie komm ich da hin? Hopp. Es gibt doch hier unten geht's... Ja. Das ist immer noch weit entfernt, hä? Das ist hier drin in dieser Mops-Höhle, oder? Oh, lol. Den hab ich nie gesehen. Den hätte man schon lange bekommen können. Aber hey, okay. Dafür ist das der letzte gewesen. Äh, wait. Wir müssen sowieso hier raus. Ich weiß nicht, ob das schneller ist, dieses Rutschen, aber... Mir auch egal. So, da ist noch eine Alien-Legierung. Klar, da waren wir noch nie drin, ne? Da sind wir noch nie reingegangen, in dieses Laber-Ding. Da, hier, das da. Hier waren wir noch nie drin. Da. Easy Alien-Legierung für uns. Hui. Gut, das haben wir auch schon. Dann haben wir da unten einen. Wir sehen schon. Oh, der ist schon mies. Aber, für uns... Kein Problem. Wir gehen einfach so hier runter. So. Ja, jetzt wird sie ein bisschen problematisch für uns, tatsächlich. Äh... Ich würde mal sagen... Das müsste reichen. So. Set. Wir haben... Wir haben... Da eine Alien-Legio. Zwei Alien-Legio. Eines da hinten irgendwo. Hier drin irgendwie. Hä? Na, hier. Guck mal, hier. Oh, ich dachte, hier kommt noch durch, weil... Und hier ist noch ein Eingang. Und hier waren wir schon. Hä? Okay, wir kommen wieder hin. Wie kommen wir dahin? Was ist das? Wie defeated? Wie ist das? UB-U-A. Das ist neige. Ah, ich sage das. Aber dann haben wir uns gegen das. Ja, ich sage das ... Und dann ist es zu, wer auch los. Und dann hat ich auch los. Was habe ich, was in dem Ding ist, was die Erwartung? Wie ist das so zu tun? Wie ist das so zu tun? Wie ist das... Nein, wie ist das so zu tun? Es ist so zu tun, wenn ich nicht suhlen. Du immer noch nicht mehr, was du denn? Das ist so zu tun, was ich da so zu tun, was ich da nicht so zu tun. Nein! So. Was ist unter uns? Wie komm ich da hinten? Ich hab leider gar keinen Plan. Dieses nahes Geheimnis habe ich mir immer gesagt. Was ist hinter uns? Wie ist der Keheimnis? Was ist der Keheimnis? Oh! Ich dachte schon, Alter, wir müssen nur die Pflanzen. Da ist Geheimnis, aber wo? Hier. Das muss doch irgendwas sein. Nee, hier ist nix. Hier ist nix. Das ist unfassbar. Nee. Der Saft mir nahe ist geheimnis, aber ich weiß nicht. Ja, oh. Ist keine Höhle. Da oben waren wir gerade. Hier dieses Secret ist nicht existent. Das ist fucking geheimnis. Hier irgendwo. Der hat immer noch das hier unten gemeint. Kannst du mir doch nicht erzählen. Die waren wir doch. Äh. Das ist nicht das, was du meinst. Das ist fucking geheimnis. Wo ist denn das? Kannst du hier hinten durch? Was ist hier hinten dran? Okay. Lassen wir das mal. Gehen wir anders hin. Das nervt. So, 90 Meter. Ja. Sollte vielleicht nicht zugeheben. Vielleicht sind sie nicht hier rumspringen. Ah ja. Hier wieder versteckt. Immerhin haben wir ein bisschen Stücke. Ganzesamt. 100 Meter. Sonst hinter mir ist nix, ne? Oh, hier. Guck mal, da sitzt die hier. Das konnten wir damals noch nicht machen, oder? Ne, das haben wir einfach nicht gesehen. Das haben wir einfach nicht gesehen. Wow. 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 Okay. Hat das auch. So, unten ist nix mehr. Das heißt, wir müssen theoretisch nach oben. Oh, das zählt nicht. Also, das zählt nicht. Ja. Okay. So, wir sind oben. 42 Meter und 518. Aber ja, es lädt sich schon so viel besser auf. So schön. Oh, lol. So, wir haben gerade mal die Hälfte an den Lackierungs-Krams gesammelt. Oh Gott. So, 29 Meter. 30 Meter. Da oben. So, wie komme ich jetzt hier weiter? So. Was? Hier muss man echt so hoch? Oh, scheiße. Oh, oh. Aber. Immerhin habe ich aufladen können. Ich glaube, man muss das jetzt hier rüber. Glaube, das ist der Sinn der Lösung. Dann musste man hier irgendwo. Oh, das ist wieder so, ja, das ist wieder so scheiße versteckt. Habe ich euch eigentlich schon mal bescannt? Oh, war der blöd. Der versteckt. Okay. Nix mehr. Wir haben hier nix mehr. Wir haben hier. Soll wurde es nicht? Ich kann hier oben drauf nicht stehen. Ah, dann verbe ich halt so ein scheiß Ding. Ah. Ich habe mir nichts angezeigt. Okay. Das ist nix. Der Baum ist schrein. Das kennt ja. Da kommen wir sowieso nicht hin, glaube ich. Ich glaube, das bringt mir nix, wenn ich da hingehe, weil... Okay. Wir sind ganz oben, ne? Das heißt, wir haben das abgeschlossen. Das, 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 das. Hier waren wir noch nicht so gut. Ah, wir sollten ja mal gucken. Ne, hier ist auch nichts. Hier ist rein gar nichts. Ich sollte nur mal gucken, sicherheitshalber, dass hier nichts ist. Irgendwas blödes vergessen haben. Äh. Da hinten waren wir die ganze Zeit. Ich glaube nicht, dass hier noch was auftaucht. Da war zwar die ganze Zeit nahes Geheimnis, aber da ist nix, damit nix angezeigt. Na, ciao. Ist runtergefallen? Ach, schade. Ist ja lustig. Oh. Okay. Dann Gevelin. Gevelin Habitar. Oh ja. Drei Alien-Geregionen. Oh ja. Drei Alien-Geregionen. Oh ja. Drei Alien-Geregionen. Brauchen wir das? Brauchen wir das? Ich will gern den, den, den. Boah, der kostet zwei. Zu geil. Kraftstoffdetektor kostet eins. Ja. Können wir machen. Festbombenbooster. Ja. Das können wir machen. Dann, ja, das wäre eigentlich auch mal ein Schlagschuss. Wenn wir das nachladen. Schnellstes. Ja. Und dann noch mehr Damage. Ja, so, jetzt ist unsere Waffe okay. Okay. Fehlt uns nur noch hier der Akku drei. Das wäre schon nice. Dann hätten wir ja wesentlich mehr Schuss. Oh, wir sind gut hier vorangekommen, ne? Hier können wir eh nix. Oh doch. Stufe vier. Hebt jeglichen Fallschaden auf. Senior Executive Explorer. Oh, alles klar. Ja, das hätte man auch machen können, aber pfff. Weiß ich nicht. Okay, das ist cool. Alien Artefakt Detektor. Ah, ja, okay. Ah. Aber jetzt haben wir so viele Upgrades reingeschaltet, dass wir jetzt das nächste Experiment-Dings machen könnten. Rump, Slumphobian, Schnuzu, Kaiser Skarabeus. Ey, ich hab keinen Plan, was das ist. Töte fünf Kreaturen mit einem einzigen Angriffsschuss. Das zweite Upgrade meiner Waffe ist wie ein Flipperer. Ich sollte es in vielen Feinden auf einmal testen. Oh Gott. Töte vier Kreaturen innerhalb von drei Sekunden, während sie vom Blitz getroffen werden. Okay, das müsste aber easy-peasy-peasy hinkriegen. Kein Problem. Bitte zehn Kreaturen in Folge. Oh. Okay, das können wir ja easy machen. Das ist ja, das ist kein Problem. Dann gehen wir einfach, äh, außerhalb der Javelin. Hier. Die letzte Beispiele für diese Mission haben wir in Ihren Journal geöffnet. Wir sind fast zurück. Okay. Die Zügel werden nicht gewohnt. Die kleinen Viecher, die tritt man halt immer, ne? Das ist halt ein bisschen problematisch. Aber naja, mit den Mobswürgen geht's glaube ich am besten. Oh, unsere Ausdauer ist auch so gut jetzt einfach, ne? Könnten auch eine Bindegarde nehmen. Wunderbar ein Grop. Wir kicken ihn weg. Wir kicken ihn weg. In diese Richtung. Oh. Oh. Das war's. Ah, hey, das muss ich nicht. Ich bin zwar nicht der beste Schlager, aber hey. Okay, das funktioniert. Ich hab mich selber geslimed. Fuck. Der war doch geslimed! Was, er hat überlebt? Nein. Die Schmerz-Modelle, die Schmerz-Modelle. Die Schmerz-Modelle, die Schmerz-Modelle. Scheiße. Mit dem muss ich nicht unbedingt potieren. So, da haben wir das. Töte zehn Keratoren in Folge. Mit Bindegalle. Das war easy. Also eigentlich war es dann gar nicht so easy. Die Viecher, die liegen halt so weg. Die kann man nicht so einfach wegkicken. So, hier nochmal ein bisschen blocken. Oh, Bindegalle vielleicht. Ne, das war der Blob. Das war vielleicht die Bindegalle. Ne, das war kein Blob. Okay. Das, äh, ja. Oh, Loll, da war noch. Cool stuff. Wo war es? Hä? Mal hier. Ist das schneller? Loll. Gut. Ich glaube, wir haben... Ähm. Ach, warum bin ich hier reingegangen? Äh, das wäre eigentlich doof. Ähm. Hier sind wir fertig. Eigentlich... Hier müssten wir weitermachen. Hier, dieses ganze... Eigentlich müssten wir weiter... Äh, wir müssten eigentlich hier weitermachen. Oh Gott, das ist riesig. Alter! Es gibt wahrscheinlich fünf oder... Vier oder fünf Orte gibt es hier. Weil hier ist noch Platz an den Seiten. Es wird wahrscheinlich noch ein Gebiet kommen. Ähm. Ähm. Ich glaube, wir gehen nächste Folge hier lang. Weil... Ich glaube, hier haben wir nicht so ultra viel nachzuholen. Wir gehen mal... Wir gehen mal hier hin. Aber... Wir gehen mal hier hin. Aber viel, äh... Ähm. Wie schwimmen wir hier nicht? Klar, hier sind noch ein paar Sachen. Ah ja, die Legierung, die können wir holen. Stimmt. Klar, die können wir ja jetzt endlich mal holen. Haben wir hier nicht... Haben wir hier sicher nichts in der Nähe? Nee, ich sehe nichts. Nee, nee, ich muss es schon... Ich muss es schon so machen. Ich muss es schon so machen. Ja. Oh. So. So. 2 Nein, da. Ja, man muss die Sonnenstrahlen. Da, wo Sonnenstrahlen ist, kommt kein Gas. Man muss ja überall, wo keine Sonnenstrahlen waren. Dann musste man zumachen. Okay, easy. Ah, hat sich ja noch gelohnt. Für eine Ellenbegeung. Wo ist denn da hinten eine? Okay, von diesen Blobs sind auch nicht mehr so viele. Da oben drin? Ah ja, lol, da waren wir noch gar nicht. Oder wir waren hier und konnten hier nicht hin. Was? Okay. Die ist dahinter. Die ist nicht hier. Die ist nicht hier. Naja, egal. In der nächsten Folge machen wir weiter. Bis dahin, haut rein und tschüss.